Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Blizzard hat es getan, Update ist draußen. Der Alchemist hat jetzt die Funktion, Uber-Unics für euch zu craften. Das Ganze für prächtige Funken, das Ganze werden wir gleich nochmal ausprobieren. Und ich muss sagen, das ist so dumm, dass man sich einfach einen Uber-Unic jetzt hier aussuchen kann. Dazu kam auch noch, dass die Uber-Unic-Drop-Chance in der Welt erhöht wurde. Oder da habe ich schon von einigen jetzt gehört aus dem Clan, dass sie einen Uber-Unic gefunden haben von Random-Mobs in der Welt. Das heißt für alle, die nicht Duriel farmen wollen, weil sie die Scherben nicht farmen wollen oder die Eier nicht farmen wollen oder warum auch immer. Ihr habt jetzt auch eine relativ gute Chance, Uber-Unics auch in der Welt zu finden. Als Erinnerung, Uber-Unics werden nur fallen gelassen von Gegnern, die Stufe 85 oder höher sind. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier in der Höllenflut seid und selber gerade mal Level 70, dann können die Mobs, die Gegner, kein Uber-Unic fallen lassen. Dementsprechend natürlich auch nicht auf Weltstufe 3, weil die Gegner halt auf Level 85 sein müssen. Bedeutet Nightmare-Dungeons Stufe 31, da sind die Gegner Level 85. Oder halt wenn ihr selber Level 85 seid in der Overworld. Das mal als kleiner im Hinterkopf behalten. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr keine Uber-Unics bekommt. Vielleicht habt ihr nicht das Gegner-Level, um überhaupt die Chance zu haben, ein Uber-Unic droppen zu bekommen. Also, ich bin jetzt hier gerade auf dem Eternal-Character und habe mir mal 5 Uber-Unics aus der Kiste mitgenommen. Ich hatte gestern schon mal als Test eins zerstört und habe deswegen schon einen prächtigen Funk. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich den her habe. Können uns da gleich auch mal die Beschreibung durchlesen, weil das auch relativ interessant ist. Wir gehen hier ganz normal zum Schmied und zerstören die Uber-Unics. Ich weiß, es wird dem einen oder anderen jetzt wehtun. Keine Sorge, das Ganze ist auf dem Eternal. So, alle zerstört. Und wenn wir jetzt hier unten uns mal die Erklärung angucken von prächtigen Funken. Aus mythischer, einzigartiger Ausrüstung wiederverwertet kann bei einem Alchemisten transmutiert werden, um neue, mythische, einzigartige Ausrüstung herzustellen. Dazu ist auch nochmal ganz wichtig, dass ihr natürlich nur die Gegenstände herstellen könnt, dessen Klasse ihr gerade spielt. Bedeutet, wie ich hier gerade bei einem Druiden kann ich auch nur Uber-Unics herstellen, die der Druide theoretisch tragen kann. Deswegen sehen wir hier auch keinen Doom-Bringer, also keinen Verhängnis-Bringer und auch keinen Großvater, sondern nur die, die der Druide selber auch tragen kann. Jedes Uber-Unic gibt einem einen prächtigen Funken, wenn er es zerstört. Also, ihr habt gerade gesehen, ich habe sechs Stück zerstört. Ich habe jeweils einen bekommen. Ich weiß nicht, ob es da eine Chance gibt, auch zwei zu bekommen. Habe ich noch nicht gehört. Aber einen kriegt ihr da auf jeden Fall. Bedeutet, ihr müsst fünf Stück zerstören. Das Ganze kostet 50 Millionen Gold herzustellen. Seht ihr da unten, Herrschungskosten, 50 Millionen. Und ich würde jetzt einmal hier den Stab herstellen. Da könnt ihr sogar eine Menge eingeben und dann annehmen. Und dann kriegt ihr diesen Stab einfach ins Inventar rein. Rein, natürlich mit Max Rolls und auf Stufe 60. Das ist auch nochmal ganz wichtig, Leute. Wenn ihr Gegenstände hier herstellt, sind die ab Stufe 60 nutzbar. Gerade wenn ihr neue Charakter herstellt. Ich stelle mir zum Beispiel vor, ihr baut gerade einen neuen Barbaren auf. Und habt unfassbar viele Druiden-Uber-Unics, wie den Stab hier oder Andarels Antlitz oder Melte Tart. Wollt aber direkt zum Start weg auf Level 60 den Großvater haben. Dann könnt ihr natürlich versuchen, Level 85er Gegner zu besiegen. Oder Duriel zu besiegen. Das wird natürlich alleine relativ schwierig sein auf Low-Level. Oder ihr zerstört ein paar Items. Und könnt euch den Großvater für Stufe 60, das ist das Mindeste für Unics, auch Weltstufe 4, vermachte Unics, einfach herstellen und dann sofort benutzen. Was natürlich ein extremer Game-Changer ist, wo ich in der Vergangenheit mit dem Barb auf Stufe 60 Duriel machen musste und mich da quasi durchziehen lassen musste von der Community oder von Freunden oder mit Kollegen. Habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, mit meinem 100er Uber-Unics zu fahren. Zugegeben, ist jetzt auch nicht so easy. Aber sagen wir mal, über die Zeit werde ich da ein paar Uber-Unics bekommen. Dann zerstöre ich die alle, mache mir einen neuen Barb und baue mir da sofort den Großvater, ohne irgendwie sammeln zu müssen. Das ist schon ein extremer Game-Changer. Ja, also ich muss sagen, das ganze Feature mit den Uber-Unics craften hier ist total gewöhnungsbedürftig, weil wir sowas ja bisher noch nicht hatten. Aus dem Nix kommt hier diese Möglichkeit, sich die Uber-Unics selber zu craften. Dann auch noch mit der Mindestvoraussetzung Stufe 60 und natürlich immer Max-Roll. Auch bei Melted Heart wurde der AFIX Bewegungsgeschwindigkeit angepasst. Da war tatsächlich ein Fehler, wurde angepasst mit dem letzten Patch, hatte ich übersehen. Danke an die Kommentare, die mich da aufmerksam drauf gemacht haben. Wenn wir uns hier Melted Heart angucken, dann haben wir hier den Max-Roll von... Ach gut, das ist ein altes Melted Heart, müsste ich jetzt den Charakter wechseln auf Season. Aber der Movement-Speed AFIX ist jetzt immer Max. Das war ein Fehler. An sich echt ein cooles Feature, gerade auch für neue Seasons oder auch, wenn neue Uber-Unics reinkommen, die man sofort benutzen möchte, ohne sie mühsam zu suchen. Auch für alle Leute, die vielleicht im Eternal spielen und da den ein oder anderen Uber-Unics zu viel haben, aber ein anderes Uber-Unics fehlt oder wenn man neue Charakter erstellen will. Echt ein cooles Feature. Ob das Ganze auch noch für normale Unics kommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. A, würden wir eine Liste bekommen von 50 Unics untereinander. Das wäre irgendwie auch komisch und man müsste nochmal ein neues Item einführen, womit man die dann herstellen kann. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Zumal die auch nicht so selten sind. Mit den Endbossen ist das ja alles relativ easy zu farmen. Und ja, aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich weiß jetzt schon, dass sie sehr durchwachsen sind. Die eine Hälfte findet das so wie ich ein echt cooles Feature. Die andere Hälfte findet es sinnlos, weil die Casuals eh nicht genug Uber-Unics haben, um sich da überhaupt was zu craften. Aber ich finde, allgemein können wir sagen, dass es ein gutes Feature ist, ob man es jetzt benutzt oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber ich finde das Feature an sich schon ganz cool. Gerade auch für neue Uber-Unics, für neue Charakter. Und im Laufe der Season und auch für den Eternal. Echt eine coole Sache. Würde mich sehr über ein Follow freuen auf dem Kanal. Seid mir ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.